... der Geschmacksgrenze. Um eine innerliche Blutung im Oberarm zu stoppen, geht er nicht zum Arzt. Greg Valentino behandelt sich einfach selbst und zapft sich gläserweise das Blut ab. Für ihn keine große Sache, denn mit Spritzen hat er jahrelang Erfahrung. Bei der ersten Injektion, also als ich die Nadel das erste Mal reinstach, wusste ich, was ich tat. Ich hatte das schon oft gemacht. Ich bin das gewöhnt. Ich bin ein Bodybuilder. Wir helfen uns selbst, spritzen uns selbst. Wenn du dich spritzen müsstest, würdest du sagen, oh mein Gott, ich muss zu einem Arzt. Ich hasse es, wenn mir ein Arzt eine Spritze gibt. Wir Bodybuilder sind es gewohnt. Wir spritzen uns fünf oder sechs Mal pro Woche. Mir macht es nichts aus, die Nadel anzusetzen. Greg Valentino wird der Mann, dessen Arm platzt. In zahlreichen TV-Shows ist er zu Gast. Für das nötige Anschauungsmaterial sorgt der Athlet höchstpersönlich. Dabei sind narzisstische Persönlichkeiten in der Bodybuilding-Szene keine Seltenheit. Und auch die Nebenwirkungen des jahrelangen Konsums illegaler Substanzen sind bekannt. Nur glaubt man, sie beherrschen zu können. Ohnehin steht das Ziel, einen unglaublichen Körper zu haben, an erster Stelle. Es ist natürlich wie bei einem Raucher. Auf der Zigarettenpackung steht auch, dass Rauchen das Leben gefährden kann. Und trotzdem raucht der Raucher. Und so ähnlich ist es im Bodybuilder-Bereich. Das heißt, die meisten Sportler wissen sehr gut darüber Bescheid. Aber es wird natürlich ein Stück weit auch die Augen verschlossen. Der Effekt oder das Ziel, was durch diese Substanzen erreicht wird, ist einfach zu schön, dass man dann einfach diese Nebenwirkungen ein Stück weit unter den Tisch fallen lässt. Bodybuilding. Zu deutsch stehen Körperformen. Dazu gehören nicht nur Handeln, sondern ein eiserner Wille, Disziplin und ein strikter Diätplan. Der Haken. Irgendwann setzt die Natur dem Muskelaufbau Grenzen. Der Moment, in dem die Errungenschaften der chemischen Industrie ins Spiel kommen. Anabolika, Wachstumshormone, Amphetamine. Sie fördern Muskelwachstum und Fettabbau. Die Leidensfähigkeit und Ausdauer beim Training wird erhöht. Was schert es, dass manches Mittel aus der Viehzucht kommt? Lästiger schon die Nebenwirkungen. Fettansammlungen in der Leber, Thrombosen, Akne, psychische Probleme. Bei Frauen mehr Bartwuchs. Bei Männern verändern sich auch die Organe, die eigentlich für Männlichkeit stehen. Das sind zwei Hoden. Beide stammen von Verstorbenen bei uns im Institut der Rechtsmedizin. Hier der kleine Hoden, rechts im Bild. Da sieht man, das ist der Hoden von einem Bodybuilder, der Steroide nachweislich konsumiert hat. Und daneben, das linke Bild, ist ein normaler Hoden bei einem normalen Mann, der keine Steroide konsumiert. Das heißt, man sieht hier ganz deutlich, wie es zu einer enormen Hodenverkleinerung gekommen ist, durch diesen Missbrauch. Jahrelang hat auch Jörg Börjesson gedopt. Anfangs waren seine Körpermaße natürlich. Erst unter Anabolika-Einfluss schwollen die Muskeln enorm. Doch schnell zeigten die Wachstumshormone ihre negative Wirkung. Brusttumore bildeten sich. Sein Körper ein Wrack. Börjesson hat der Szene den Rücken gekehrt. Heute hilft er lieber anderen, aus dem Doping-Sumpf rauszukommen. Also dieser Junge, den ich jetzt aufsuche, der ist in einem sehr labilen Zustand. Auch psychisch, körperlich hat er da sehr stark abgebaut. Hat immer noch eine ganz gute Figur, wie ich gesehen habe, durch Fotos. Aber diese psychische Abhängigkeit durch Doping ist eine schleichende Abhängigkeit, die da vonstatten geht. Depressionen, die dann auch im Endeffekt durchschlagen. In dieser Phase befindet er sich im Moment. Täglich bekommt er etwa 50 E-Mails oder Anrufe von Sportlern, die seine Hilfe brauchen. Auch der junge Mann, den er heute besucht und der unerkannt bleiben will, hat die typische Drogengeschichte eines Bodybuilding-Junkies. Hallo mein Lieber. Schön, dass wir uns sehen. Damals angefangen habe ich halt mit Tabletten. Und da lag ich dann zwei Monate nach der Einnahme von diesen Tabletten im Krankenhaus. Mit beinahem Nierenversagen. Da habe ich jetzt erstmal abgesetzt, die Tabletten, habe dann irgendwann weitergemacht mit Testosteron. Nach einer Weile habe ich dann eine schwere Atmung bekommen am Rücken, wo ich jetzt noch Narben von habe. Da ich an Sachen gekommen bin, die stark verunreinigt waren. Teilweise lag ich halt abends im Bett und mein Herz hat so stark geschlagen von diesen Medikamenten, dass ich echt dachte, am nächsten Tag wache ich nicht mehr auf. Sein Körper nur noch äußerlich perfekt. Zwei Brusttumore und ein zerstörter Hormonhaushalt. Resultat der Giftstoffe, die er sich ohne Probleme besorgen konnte. Also die Beschaffung von den ganzen Steroiden, die ist ja leicht. Im Studio sind die Studiopreise sozusagen pro Ampuletestosteron zwischen sechs und neun Euro. Der gängige Preis aber so, wenn man sich in der Szene ein bisschen auskennt, sind so vier Euro, drei Euro. So der Bereich. Im Studio treffen halt immer wieder Leute, die in diesem Bereich tätig sind, die halt Steroide zu sich nehmen. Wie leicht kommt man wirklich an Tabletten oder Spritzen mit gefährlichem Inhalt? Wir machen mit Jörg Börjeson den Test. Also genau wie die klassischen Drogen auch. Wer eine Abolika haben will, ist überhaupt gar kein Problem. Die Verfügbarkeit im Internet und Fitnessstudios sind natürlich auch ein Umschlagplatz. Da wird der Sportstudioverband Tauwix dagegen sagen können. Gar keine Frage. Mit versteckter Kamera gehen wir in ein Fitnessstudio. Wir werden nichts kaufen, das wäre strafbar. Aber könnten wir? Wir kennen hier niemand und wollen trotzdem schnell Kontakte zur Doping-Szene knüpfen. Schon unser erster Gesprächspartner scheint sich auszukennen und ist hilfsbereit. Ich habe auch gar keine Kontakte mehr mit anderen, denen ich damals trainiert habe. Genauso gut. Ich habe ja damals auch den ganzen Doping. Muss ja haben. Muss ja. Ohne Doping ziehst du gar nichts ab. Ist klar. Ja, ist ja logisch. Du kannst auch nicht auf Meisterschaft irgendwo gehen ohne Doping oder sonst was. Gar keine Frage. Und vor allen Dingen 50 Zentimeterarm kriegst du auch ohne Doping auch nicht. Das ist unmöglich. Deswegen, gibt es denn hier welche, die auch Meisterschaften mitmachen oder die man mal so fragen kann? Ich kenne ja gar keinen. Aber du kennst welche, die irgendwie gutes Zeug zu verkaufen könnten oder was? Ja, ich bin, weißt du, da spricht ja keiner so drüber, weil, äh, ne, ist ja, was kannst du machen. Ich habe jetzt 980 Euro oder was habe ich jetzt? Nein, da kriegst du auf jeden Fall was. Ja. Ach so, ja. Falscher Tag so. Weißt du, es ist Montagdienst, da ist voller hier. Montagdienst, ja. Da siehst du auch mal ein paar Leute, du siehst dir das ja an auch. Ja, natürlich. Du weißt ja, wer warte und wer nicht, weißt du. Ja, klar. Aber weißt du, du weißt ja auch, da kannst du ja nicht einfach hingehen, kannst du die einfach anhauen. Die sagen sich auch, wer will den denn oder so, weißt du, ist ja klar. Aber vielleicht, wenn ich mich jetzt hier sowieso anmelde, dann sehen wir uns mal öfter. Und wenn, weiß ich nicht, wenn die dann irgendwie, dann bringt das Geld einfach mit oder so, dann kann man das sofort klar machen. Kriegt ja gar keiner mit. Wie stolz er denn? Ja, ja, eben. Ja, ja, eben. Montag und Dienstag sind also gute Verkaufstage. Das nächste Gespräch zeigt Doping, ist in der Szene gang und gäbe. Der Umgang mit den Drogen hat sich aber offenbar dramatisch verändert. Ich habe an der Jukama-Meisterschaft auch nachher dann auch teilgenommen und so war alles. Und dann ist klar, du musst ja irgendwann auch Doping einnehmen, ist ja logisch. Ja, sicher nicht, Mann. Aber 80er hat man wenig genommen gegenüber jetzt. Ja, jetzt werden sie wahnsinnig. Irgendwie jahrelang, wir haben da mal für den Wettkampf genommen, 6 Wochen, 8 Wochen und dann war Pause. Ja. Für den Wettkampf. Und dann dreimal im Jahr hast du mitgemacht, dreimal hast du sie im Jahr genommen. Aber heute leben wir durch. In diesem Fitnessstudio hätten wir wohl verbotene Substanzen kaufen können, ohne Insider-Kontakt. Natürlich, das sind öffentliche Einrichtungen. Das kann nicht sein, dass da den Leuten, die, sagen wir mal, dopingsüchtig sind, da ein Forum geboten wird, ein Handelsplatz, ein Marktplatz, wo auch Leute rumlaufen, wo sie beziehungsweise was verkaufen können und wo sie sich präsentieren können, wo andere Leute sich sagen, ach, die will auch so aussehen. Und wenn man sich dann freundschaftlich mit denen unterhält, dass man da Sachen bekommen kann, wo man im Endeffekt dann auch vielleicht sogar zu Tode kommen kann. War das ein Zufallstreffer? Wir versuchen es ein zweites Mal. Diesmal in einem Fitnessstudio, das rund um die Uhr geöffnet hat und dank niedriger Preise vor allem von jungen Leuten genutzt wird. Neben den klassischen Fitnessgeräten wird auch ein Raum extra für Bodybuilder angeboten. Und was sonst noch? Jeder, der von Bühne steht und sagt, er macht das nicht. Ach, das ist ja auch unmöglich, so eine Masse zu haben. Deswegen 50 cm, ist ja klar. Und deswegen, ich bin total ungeduldig. Für mich geht das alles wieder viel zu langsam. Deswegen frage ich extra, weil wenn, im Internet kannst du ja gar nicht reingehen. Da kannst du vergessen. Da kriegst du, wer weiß, was du da für eine Scheiße da kriegst. Klar, wenn du einmal draußen abgenommen hast und du da mehr haben willst, das dauert so viel Jahren auch was. Aber meinst du, hier sind auch welche, die man mal so ansprechen kann oder so? Die jetzt nicht sofort so... Ja, ne? Also, ich würde sagen, Diana Brun muss auf jeden Fall mit dabei sein. Ja, da kommst du immer dran. Und 980 Euro, der ist ja wohl auch. Da reicht... Ja, können wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, wann du immer hier bist oder was? Also jeden Tag. Mit unterschiedlichen Zeiten. Jeden Tag. Können wir mal gucken. Können wir mal sehen. Ja, das ist ein Rad oder Spitz. Hm? Ja, das ist ein Rad oder Spitz. Ja, das ist ein Rad oder Spitz. Ja, beides. Ja, das ist ein Kombination. Ja, das ist nett. Das ist klar. Auf Nachfrage kann unser Kontakt auch gleich noch über Risiken und Nebenwirkungen aufklären. Aber ich bin nur überlegen, ob ich jetzt Testotabletten nehmen soll oder Testot Spritzen. Also Oral würde ich gar nichts nehmen. Gar nichts, ne? Also Scheiße wäre Organ. Bist du die Organe? Ja, ja, ja. Was ist das? Aber am El... Also nicht. Es gibt natürlich viele Schröner drauf. Es ist natürlich einfacher, als ob man mit dem Fick. Aber ich persönlich würde es nicht mal von der Gesundheit kommen. Aber sind dir denn auch Spritzen schon direkt mit dabei, wenn du das hast? Musst du dich dann extra in der Apotheke holen, ne? Beim nächsten Treffen könnten wir ins Geschäft kommen. Nur die Spritzen sind nicht im Sortiment enthalten, aber guter Stoff wurde versprochen. Konkretes Problembewusstsein, Fehlanzeige. Es wurde wohl auch gesagt, dass Nebenwirkungen wohl auftreten können. Das ist ja auch jedem irgendwie bewusst. Aber es kam auch trotz alledem so durch, wenn er was besorgt, dann wäre das auch in dieser Form so, dass man keine Nebenwirkungen bekommt. Also wieder jemand, der irgendwie meint, er hat das richtige Mittel, alles im Griff. Und er würde das richtige Zeug dann auch besorgen können. Münster in Westfalen. Hier stirbt am 7. März der Bodybuilder Lars R. an den Folgen des Dopingmissbrauchs. Ein ganzes Mittelarsenal wird bei ihm zu Hause sichergestellt. Den Tod verursacht ein in Deutschland verbotenes Diätmittel, DNP. Die Nitrophenol wird in der Bodybuilding-Szene gerne genutzt, um die Muskeln trocken zu legen. Zu erwerben via Internet. Der Körper wird erhitzt. Zusätzlich mit dem Training, was auch noch dann natürlich zusätzlich weitergeführt wird, kommt es zu einer enormen Erhitzung des Körpers. Es kann zu einer Dehydratation kommen, das heißt zu einer Entwässerung. Es kann zu Elektrolytentgleisungen kommen. Das Ganze kann dann in einem tödlichen Multiorganversagen enden. Lars R. schluckt 4 Gramm DNP. Ein Selbstmordversuch. Die alarmierte Ex-Freundin fährt ihn in die Klinik. Stunden vergehen. Erst dann erzählt er, was er genommen hat. Dr. Wolfgang Klaasen, Spezialist für Vergiftungen im Herz-Jesu-Krankenhaus übernimmt. Der Bodybuilder ist noch bei Bewusstsein, während die Ärzte gegen das Zellgift kämpfen. Im Vordergrund steht die Stabilisierung des Kreislaufs und der Versuch, das Fieber zu senken. Bei einer DNP-Vergiftung ist das sehr, sehr schwierig, weil Wärme durch das Gift erzeugt wird in ganz großem Maße, so dass externe Kühlung von außen, auch innere Kühlung durch kalte Infusionen gemacht werden können. Es gibt auch spezielle Mittel, die wir einsetzen, um das Fieber herunterzubekommen. Wenn die Vergiftung aber so schwer ist, kann das nicht helfen. Der 24-Jährige ist nicht der erste Bodybuilder, der hier behandelt werden muss. Aber der Verlauf seiner Vergiftung ist auch für das Ärzteteam eine neue Erfahrung. Wir sind jetzt hier auf der Intensivstation, wo das Drama seinen letzten Akt hatte. Nach und nach fiel ein Organ nach dem anderen aus und hier kann dann eben all das getan werden, was moderne Medizin heute kann. Organfunktionen wie zum Beispiel die Atmung, die Aussetzten, können mit einem Beatmungsgerät ersetzt werden. Wir haben aber auch gleichzeitig versucht, Organfunktionen, die lebensbedrohlich verändert waren, zu ersetzen. Wir stehen hier gerade neben einem solchen Gerät, was es erlaubt, einerseits schwere Übersäuerungen zu behandeln. Bei der DMP-Vergiftung kommt es ja zu einer ganz starken Übersäuerung, weil der Körper nur noch Wärme produziert. Und dabei fallen im Stoffwechsel erhebliche Mengen an Säure an. Der Mensch kann nur leben, wenn der Säurepegel ein bestimmtes Maß eingestellt hat. Ansonsten muss er unmittelbar sterben und so passiert das dann auch bei einer solchen schweren Vergiftung. Lars R. trainierte seit Monaten extrem verbissen. Wir treffen einen Trainingskollegen, der drei Wochen vor dem Tod ein letztes Gespräch mit dem Bodybuilder führte und dessen Persönlichkeitswandel bemerkte. Wann er sich verändert hat, ist schwer zu sagen. Es fiel mir nur irgendwann auf, dass er im Grunde immer kurz ab war, nur sehr kurz auf Fragen antwortete. Und ungefähr drei Wochen vor seinem Versterben habe ich dann einmal ein Gespräch mit ihm geführt, als er mit dem Training fertig war. Und da fiel mir dann auf, dass er sehr unkonzentriert war, sehr nervös wirkte und irgendwas von Wasserverlusten erzählte, die er erreichen will. Sieben Kilo innerhalb einer bestimmten Zeit. Und nun gut, es war sein Ziel. Ich selber konnte nicht nachvollziehen, wie man sich das als Ziel setzen kann. Ich bin ganz sicher, dass das ein qualvolles Ende ist, an DMP zu sterben. Der Betroffene ist ja noch bei vollem Bewusstsein, wenn die Krämpfe einsetzen, wenn hohes Fieber und ein sehr starker, quälender Durst einsetzt. Dazu kommt eine extreme innere Unruhe, man fühlt sich wie verfolgt. Das, stelle ich mir vor, ist in den letzten Stunden die Erfahrung, die Menschen haben müssen, die an DMP sterben. Für den Münchner Pathologen Luitpold Kistler ist der Missbrauch Anabola-Substanzen im Kraftsport ein Unding. Denn aufgrund der gravierenden Nebenwirkungen werden sie selbst von Ärzten nur in seltenen Fällen eingesetzt. Man verschreibt Anabolika nur bei Patienten, die eigentlich todkrank sind, ganz schwerste Erkrankungen haben, die man auf anderen Wegen nicht mehr heilen kann. Und dann auch nur in Dosierungen, die sehr, sehr gering sind. Und Bodybuilder nehmen einfach das 10-, 15- und Teil das 40-, 50-fache von diesen Medikamenten. Und das ist dann natürlich irgendwann vermehrt toxisch, gerade auf die Leber und auf das Herz natürlich. Jetzt in Fokus TV. Tod eines Muskelpreisenden. Wie Bodybuilder Andreas Münzer seine Leidenschaft mit dem Leben bezahlte. Wie Bodybuilder Andreas Münzer. Wie Bodybuilder Andreas Münzer. Wie Bodybuilder Andreas Münzer. Wie Bodybuilder Andreas Münzer. Dies im Inner dem Leben. Wie dadurch wohl der Lektorste ist mir Auf Sperreste sven Govern 음ven inأ integral, der wusste den Über Überlegung mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Arzt Luitpold Kistler hat für seine Doktorarbeit Obduktionen an 10 Bodybuildern durchgeführt und so erstmals den körperlichen Verfall durch Anabolika-Missbrauch dokumentiert. Besonders schockiert war er vom Zustand des Bodybuilders Andreas Münzer. Der Österreicher, er gehörte zu den besten 5 Athleten seiner Zunft, starb im Alter von 31 Jahren an Multiorganversagen. Eine Folge seines jahrzehntelangen exzessiven Anabolika-Konsums. Das Herz war 640 Gramm schwer, also um das Doppelte schwerer als normal. Es waren etliche Herzinfarkte vorhanden, die konnte man sehen. Zudem waren die ganzen großen Arterien massivst verkalkt. Und Greg Valentino, der Mann mit dem größten Bizeps der Welt? Der Mann, der beschloss, ein Freak zu werden? Der einer der meistgehassten Männer in der Szene ist und dennoch vielen Bodybuildern als Vorbild taugte? Nun, der Körperfetischist konsumierte Anabolika nicht nur, er handelte auch mit ihnen. Was ihm einen Gefängnisaufenthalt einbrachte, mit Wirkung. Ich habe mein Leben geändert. Keine Drogendealerei mehr. Ich nehme im Moment auch keine Steroide und sehe trotzdem noch ziemlich kräftig aus. Ich bin zwar nicht mehr so muskulös wie in den Videoclips, aber das war damals. Was bleibt? Der Eindruck, dass hier jemand freiwillig zum menschlichen Versuchskaninchen mutierte und die düstere Ahnung, dass sich eines Tages vor allem Pathologen für Greg Valentinos Körper interessieren werden. Ja, und das war's von uns für heute. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder, dann am Freitag um 23.20 Uhr. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine gute Nacht und ein gutes Wochenende. Tschüss. Am 18.04. in Fokus TV. Die Käfige der Supermächte. Ein Blick in US-amerikanische und russische Hochsicherheitsgefängnisse. Warum das Leben hinter Gittern in Ost und West die Hölle sein kann. In Fokus TV. Freitag, 18. April um 23.20 Uhr. ProSieben. 2.20 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020